In meinem Video vom 3. Oktober, da habe ich den PU Monthly Report übersetzt und euch erzählt, was im September alles in der Entwicklung von Star Citizen passiert ist. Und da gab es auch eine Sondererklärung, einen Exkurs von mir zum Thema Planetary Navigation Cost Volumes, also die planetaren Navigationskosten Volumen. Und offenbar habe ich da einige Aspekte nicht so richtig transparent kommuniziert, denn der User chat6154, der stellt eine ganz einfache Frage, die lautet Kosten? Jetzt hatte ich erst überlegt, da einen langen Text zuzuschreiben und dann dachte ich, naja, vielleicht habe ich das nicht so richtig, wie gesagt, verständlich erklärt mit diesen Kosten und schiebe deshalb noch mal kurz ein Video nach zu dem Thema Planetary Navigation Cost Volumes. Und tatsächlich lässt sich dieser Begriff Kost aus dem englischen Kosten auch so in diesen gegebenen Kontext mit Kosten ins Deutsche übersetzen. Aber hier in diesem Rahmen des Planetary Navigation Kost Volumes beziehen sich diese Kosten nicht auf monetäre Aspekte, sondern auf eine Art Bewertungsmaß, das für die Navigation innerhalb der Spielwelt verwendet wird. Die Kosten sind Werte, die die Schwierigkeit oder den Aufwand für die Bewegung von KI-gesteuerten Schiffen und Fahrzeugen oder sagen wir mal generell KI-NPCs in verschiedenen Umgebungen beschreiben. Und diese Werte können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Die Entfernung, das heißt die Distanz, die zurückgelegt werden muss, um von einem Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Das Terrain, die Art des Geländes, ist es flach, ist es gebirgig, ist es bewaldet, ist es ein Sumpf? Das generell beeinflusst, wie leicht oder schwierig es ist, sich durch ein Terrain zu bewegen. Bei Fahrzeugen ist es zum Beispiel schwierig, durch ein sumpfiges Gelände oder durch Wälder sich hindurch zu bewegen, durch zu navigieren. Für Raumschiffe ist es oder für generell fliegende Objekte, Flugobjekte, ist es vielleicht schwierig, durch einen von Unwetter geprägten Bereich zu fliegen oder man hat sehr hohe Berge, wo man sich überlegen muss, wo die KI berechnen muss. Wie viel Kosten wird es verursachen im Sinne der Schwierigkeit, diese Berge zu überwinden, im Sinne der zum Beispiel des Schubs, den ich geben muss, des Kraftstoffaufwandes und wie steht es im Verhältnis zu dem vielleicht längeren Weg, das zu umfliegen? Welche Kosten sind hier niedriger für mich? Dann natürlich Hindernisse, wie gesagt, ich erwähnte es gerade Bäume, Felsen, Gebäude, auch Städte auf jeden Fall und Umgebungsbedingungen, Wetter, Hagel, Nebel, Gewitter, Gewitterkomplexe, genau, starke Stürme und so weiter. Alles, was die Navigation erschweren kann, beziehungsweise alles, was den Weg erschweren kann. Diese Kosten werden typischerweise als numerische Werte dargestellt. Zum Beispiel kann ein flaches Terrain eine niedrige Kostenbewertung erhalten, zum Beispiel 1, während ein gebirgiges Terrain eine höhere Bewertung haben könnte, zum Beispiel 5. Und wenn ein Unwetterkomplex über diesem Gebirge dann ist, dann kumuliert sich das. Dann kommen nochmal 5 Punkte obendrauf, dann haben wir plötzlich 10 Punkte. Diese Bewertungen sind natürlich nur beispielhaft und relativ und können sich je nach spezifischen Anforderungen des Spiels und der Umgebung, in der sich die KI-NPCs bewegen, variieren. Die KI verwendet die Kosten in ihren Berechnungen also, um effiziente Navigationsrouten zu planen. Der Prozess könnte folgendermaßen ablaufen. Zuerst die Wegfindung. Wenn ein KI-gesteuertes Schiff oder Fahrzeug von einem Punkt zum anderen navigieren muss, dann analysiert die KI die Umgebung und die definierten Volumen, beziehungsweise vielleicht eher andersrum. Sie fährt, sie navigiert in ein Volumen rein. Dieses Volumen ist halt ein dreidimensionaler Bereich, der aus gewissen Parametern oder in dem gewisse Parameter enthalten sind. Die KI analysiert dieses Volumen mit den beinhalteten Parametern, mit den Kostenwerten. Sie identifiziert die Kosten für verschiedene mögliche Routen durch diesen Bereich, durch dieses Volumen hindurch. Sie berechnet die Gesamtkosten für jede mögliche Route, indem sie die Kosten für jeden Abschnitt der Route addiert. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Die Route A besteht aus flachem Terrain, ein Punkt, leichten Hügeln, drei Punkte und dann kommt da noch eine Gebirgskette am Horizont, fünf Punkte. Das sind neun Punkte Gesamtkosten. Die Route B würde weiter außenrum führen, das wären dann drei Punkte, aber das Terrain wäre in der ersten Hälfte dieses Volumens flach und in der zweiten wäre es auch flach, weil dort keine Berge eben vorhanden sind, weil um diese Gebirgskette herum alles wunderbar schön einfach ist. Sprich, es ergeben sich Gesamtkosten von fünf Punkten, obwohl die Strecke länger ist. Sprich, die KI würde sich wahrscheinlich dann dementsprechend entscheiden, wenn sie nur auf Basis der Kosten ihre Route berechnet, um die Gebirgskette herumzufliegen. Die genaue Implementierung und Berechnung der Kosten, wie die entstehen, wie sie bewertet werden und so weiter, das kennen wir natürlich nicht. Das wird das Geheimnis von CIG sein. Mögliche Modelle könnten zum Beispiel sein, ein grafenbasierter Algorithmus. So ein Algorithmus stellt die Spielwelt als Grafen dar, bei denen Knotenpunkte in der Welt vorhanden sind und kanten die möglichen Bewegungen zwischen ihnen. Und die Kosten werden dann als Gewichtungen für diese Kanten verwendet. Oder auch heuristische Algorithmen, die können verwendet werden, um die Suche nach den kostengünstigsten Routen zu beschleunigen, indem sie Annäherungen verwenden, um zu bestimmen, welche Wege vielversprechend sind. Das könnte man sicherlich noch vertiefen, aber ich möchte hier keine wissenschaftliche Vorlesung, wissenschaftlich-mathematische Vorlesung draus machen. Wir lernen also zusammengefasst, die Kosten in den Planetary Navigation Cost Volumes haben nichts mit monetären Werten zu tun, sondern sind ein Bewertungssystem, das die Navigationsschwierigkeit für Schiffe und Fahrzeuge respektive für KI-NPCs allgemein in der Spielwelt definieren. Und diese Bewertungen ermöglichen es erst der KI, dynamisch effiziente Routen zu berechnen, indem sie die verschiedenen Faktoren berücksichtigt, die die Navigation beeinflussen. Und das Ziel ist es, die Interaktion mit der Spielwelt realistischer und dynamischer zu gestalten, was dann zu einem bereichernden Spielerlebnis führt. Denn aktuell ist die Spielwelt von Star Citizen ja noch recht leer. Ich weiß immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, zum Beispiel auf dem Anflug zu einer Mondbasis, und dann fliegt plötzlich mal ein oder zwei Raumschiffe von Spielern vorbei, die auf dem Weg zu einem Mining Ground sind, weil sie eben ein paar Felsen abbauen wollen. Da freue ich mich wie ein kleines Kind, weil das so toll ist. Hey, es gibt Leben. Oh, super. Oh, guck mal, ein Raumschiff. Oh, und dieses Erlebnis, das soll dann vielleicht zu einer Art Normalität werden. Das heißt, dass uns immer mal wieder Raumschiffe begegnen, die auch nicht nur statische Linien fliegen, wo man sieht, aha, da kommt wieder eins auf derselben Route von A nach B, sondern wo die KI eben innerhalb bestimmter festgelegter Bereiche in einem gewissen Rahmen auch festlegt, welche Routen sie fliegt, damit es eben dynamisch wirkt und eine Immersion erzeugt wird und damit eben auch dann die Spielwelt endlich etwas lebendiger gestaltet wird. Denn wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, Star Citizen ist irre groß, ist unvergleichlich groß und es werden niemals so viele Spieler weltweit vorhanden sein, dass sich diese Spielwelt lebendig anfühlt, sozusagen gefühlt mit Leben wirken wird. Und insofern ist es essentiell wichtig, dass CRG der Herausforderung begegnet, die Welt mit KI-NPC-Leben zu füllen. Und das scheint in so einer riesigen prozeduralen Welt nicht ganz einfach zu sein. Wir haben ja zum Beispiel auch noch das Stichwort Straßen, an dem CRG arbeitet. Das werden Sie wahrscheinlich aufsetzen auf Basis der Flüsse, die Sie gebaut haben, um dann eben Straßen zu bauen. Und dann ist eben die Frage, wie navigieren die KI-NPCs wiederum auf diesen Straßen? Das ist auch noch ein ganz eigenes Thema. Vielleicht auch ein Thema, was auf der CitizenCon vorgestellt wird. Ich weiß es nicht. Aber es wäre auch ein Aspekt wieder, der fehlt und der meines Erachtens wichtig ist. Es gibt noch so, so viel zu tun für CRG. Und immer, wenn ich mal ins Erzählen und Nachdenken komme über dieses Projekt, wird mir immer wieder klar, oh mein Gott, es wird noch Jahre und Jahre und Jahre dauern, bis dieses unvergleichbar große, komplexe Projekt sich einer Live-Phase nähern könnte, weil es einfach noch so unglaublich viel zu tun gibt. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufklärung leisten zum Thema der Kosten der Planetary Navigation Cost Volumes. Lasst mir gerne ein Like, Abo und vor allem wichtig, ein Kommentar da. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss, sagt euer Astro. Bis zum nächsten Video.